Hallöchen! Wir sind hier in den Minas de Masaron und das ist einfach nur genial hier. Jo, kann ich nur bestätigen, hier ist es echt super schön und ich glaube wir sind ziemlich überrascht, oder? Ne, ich nicht, aber Andi wollte auf gar keinen Fall hier hin, weil der hat da gar keinen Bock drauf gehabt, aber ich habe darauf bestanden, mich durchgesetzt und jetzt will er auch nicht mehr weg. Wir werden euch jetzt ein paar super schöne Bilder zeigen. Wir haben die Drohne fliegen lassen und das sind beeindruckende Bilder. Lasst euch überraschen! Tschüss! Musik Musik Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020